Annina Ukatis und Hagen Reinhold haben sich verlobt. Die ehemalige Erotikdarstellerin und der FDP-Politiker wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Der Antrag kam für Annina völlig überraschend während eines gemeinsamen Hubschrauberflugs. In einem Interview mit RTL verriet sie, Ich kann sagen, wir hatten kürzlich mal einen kleinen Hubschrauberflug und seitdem trage ich diesen Ring. Das Paar ist seit 2022 offiziell zusammen und scheint nun glücklicher denn je. Trotz beruflicher Veränderungen läuft es in der Liebe offenbar bestens. Entgegen der Gerüchte um eine mögliche Trennung planen Annina und Hagen ihre gemeinsame Zukunft. Kennengelernt haben sich die beiden im Juni 2022, als Annina ein Praktikum in seinem Bundestagsbüro absolvierte. Ihre Beziehung sorgte Ende 2022 für Schlagzeilen, da Hagen zuvor mit seiner Parteikollegin Caroline Preißler zusammen war. Mit ihr hat er drei Kinder im Teenager-Alter. Annina wurde in den 2000er Jahren als Trash-Tfue-Sternchen und Pornodarstellerin bekannt. 2021 trat sie in die FDP ein und startete ihre politische Karriere. Im Mai 2023 wurde sie bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein in die Stadtverordnetenversammlung von Elmshorn gewählt. Wo und wann die Hochzeit stattfinden wird, halten die beiden noch geheim. Wir dürfen also gespannt sein, wie es mit dem Paar weitergeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017